Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Fehlfunktion des Stromkreises des Ausgangsdrehzahlsensors, dieser Diagnosefehlercode DTC, ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren. Was bedeutet das? Eine Fehlfunktion des Aus-Sensors vorliegt, das PCM-ECM kann Werte ersetzen, die auf anderen Sensoren basieren, um den Schalzeitpunkt, den Drehmomentwandlerbetrieb und den EPC-Druck zu bestimmen, wenn die Aus-Sensor-Informationen nicht verfügbar sind, der Aus-Sensor wird üblicherweise auch für den Tacho verwendet. Hinweis, bei einigen Fahrzeugen ist der Aus-Sensor mit dem TFT-Sensor Transmission Fluid Temperature in Einklang. Wenn der TFT-Sensor oder die zugehörige Verkabelung defekt sind, kann der Aus-Sensor ebenfalls fehlerhaft funktionieren. Wenn sowohl dem TFT-Sensor als auch dem Aus-Sensor ein anderer Code zugeordnet ist, vermuten Sie ein mögliches Problem mit dem Sensor oder der dazwischenliegenden Verkabelung. Dieser Code ähnelt den Codes P0721, P0722 und P0723. Symptome, zu den Symptomen eines P0720-Fehlercodes können gehören. Verzögerte Schichten Tachometer funktioniert nicht. Überprüfen Sie, ob die Motorleuchte leuchtet. Störungsanzeigelampe. Mögliche Ursachen Ursachen für diesen DTC können sein, Drehzahlsensor der Abtriebswelle Elektrische Verkabelung oder Anschlüsse Getriebeöltemperatursensor Diagnose Reparaturschritte Drehzahlsensor der Ausgangswelle Der OS-Sensor leitet elektrischen Strom durch den Sensor. Wenn sich der Relug-Toring oder das Zahnrad am Ende der Ausgangswelle des Getriebes dreht, ändert sich die Spannung im Verhältnis zur Drehzahl. Dies wird normalerweise als Frequenz oder Spannung angezeigt, die der Drehzahl der Welle entspricht. Einige Fahrzeuge verwenden ein Kunststoffgetriebe am Ende des OS-Sensors. Entfernen Sie den OS-Sensor vom Ende des Getriebes und überprüfen Sie den Zustand des Zahnrads, um festzustellen, ob die Zähne fehlen oder abgenutzt sind, und ersetzen Sie das Zahnrad gegebenenfalls. Überprüfen Sie den Kabelbaum auf mögliche Anzeichen einer beschädigten Verkabelung oder lose Verbindungen, überprüfen Sie den Widerstand des OS, indem Sie den Kabelbaumstecker entfernen und ein auf die Umskala eingestelltes digitales Volt-Ohm-Messgerät DVOM verwenden, wobei sich an beiden Klemmensteckern jeweils eine Leitung befindet. Der Widerstand sollte innerhalb der im Werkstatthandbuch festgelegten Spezifikation liegen. Wenn der Widerstand außerhalb des Bereichs oder über dem Grenzwert OL liegt, ersetzen Sie den Sensor, überprüfen Sie die Stromversorgung des Sensors und des PCM-Kabelbaumsteckers anhand eines werkseitigen Schaltplans als Referenz. Wenn der OS-Sensor mit dem TFT-Sensor übereinstimmt, variiert die Spannung abhängig von der Temperatur der Getriebeflüssigkeit, verwenden eines grafischen Voltmeters oder Oszilloskops, das auf die Tastverhältnisskala eingestellt ist, wobei die positive Leitung auf der Signalseite des Sensors entweder nach dem Sensor oder am PCM-ECM-Kabelbaumstecker und die negative Leitung zu einer bekannten guten Masse führt. Der Arbeitszyklus wird nur angezeigt, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet oder die Reifen durchdrehen. Wenn im Arbeitszyklus Spannungsabfälle auftreten oder die Spannung außerhalb der Herstellerspezifikationen liegt, vermuten Sie einen übermäßigen Widerstand im TFT-Sensor, im Kabelbaum oder im OS-Sensor. Wenn ein erweiterter Diagnosetester verfügbar ist, kann das OS-Sensor-Signal auch während der Fahrt überwacht werden. Elektrische Verkabelung Wenn der Widerstand sehr hoch ist, führen Sie die Verkabelung durch den Stromkreis zwischen den einzelnen Anschlüssen zurück, um die Ursache zu ermitteln. Wenn der Widerstand einen OL-Wert »Over Limit« anzeigt, suchen Sie nach defekten oder beschädigten Kabeln, überprüfen Sie die Kabelbaumabschnitte auf Masse Schluss, indem Sie entweder das Plus- oder das Minus-Kabel auf eine bekanntermaßen gute Masse legen. Das Voltmeter sollte einen OL-Wert anzeigen Wenn ein Widerstand vorhanden ist, liegt möglicherweise ein Masseschluss vor, und der Kabelbaum sollte auf eingeklemmte oder beschädigte Kabel oder Bereiche überprüft werden, die durch Berühren des Fahrzeugschasses gerieben werden könnten. Überprüfen Sie den DVOM auf Kurzschluss, indem Sie den DVOM auf die Volt-Skala schalten, wobei die positive Leitung am Kabel und die negative Leitung auf einer bekanntermaßen guten Masse mit dem Schlüssel im laufenden oder eingeschalteten Zustand geprüft werden. Es darf keine Spannung anliegen Wenn Spannung anliegt, liegt möglicherweise ein Kurzschluss zur Stromversorgung vor. Überprüfen Sie den Kabelbaum auf eingeklemmte oder beschädigte Drähte, die möglicherweise miteinander in Kontakt gekommen sind. Getriebeöltemperatursensor Bei Fahrzeugen, die mit einem TFT-Sensor in Übereinstimmung mit dem OS-Sensor ausgestattet sind, kann der TFT-Sensor mithilfe des auf die Ohmskala eingestellten DVOM auf Widerstand überprüft werden. Wenn der Kabelbaumstecker des Getriebes abgezogen ist und das entsprechende Schaltbild als Referenz verwendet wird, um die entsprechenden Kabel zum TFT-Sensor auf der Übertragungsseite des Steckers und die positive und negative Leitung zu einem der beiden Kabel zu lokalisieren, sollte der DVOM den Lesewiderstand aufweisen. Wenn der Messwert außerhalb der Spezifikationen liegt oder über dem Grenzwert OL liegt, ersetzen Sie den TFT-Sensor im Getriebe, prüfen Sie, ob ein Masseschluss vorliegt, indem Sie eine der Leitungen auf eine bekannte gute Erdung verlegen, das Voltmeter sollte einen sehr hohen Widerstand oder einen Grenzwert OL anzeigen. Wenn nur ein sehr geringer Widerstand festgestellt wird, vermuten Sie einen Masseschluss oder A-Kurzschluss im internen Kabelbaum des Getriebes, überprüfen Sie die Fahrzeugseite des Getriebekabelbaumsteckers auf Strom vom PCM-ECM anhand des werkseitigen Schaltplans als Referenz, stellen Sie den DVOM auf eine Volt-Skala mit der positiven Leitung am Stromversorgungskabel des PCM-ECM und der negativen Leitung auf einer bekannten Masse ein. Die Spannungsanzeige sollte Batteriespannung oder 5 Volt Referenzspannung sein. Wenn die Spannung nicht den Spezifikationen entspricht, vermuten Sie einen möglichen Masseschluss, ein fehlerhaftes PCM-ECM oder ein Problem in der Verkabelung zwischen dem Getriebe und dem PCM-ECM.